Hey und willkommen zu einem neuen Video. Als Stoppskate hast du nicht etwa gesagt gestern, dass es jetzt erstmal keine Videos geben wird? Ja, hab ich gestern gesagt, aber dieses Video war selber auch schon zwei Wochen alt. Also, naja, es hat schon recht. Es geht tatsächlich mit Let's Plays erst Mitte des Monats weiter. Aber es haben sich so ein paar Sachen ergeben. Ich bin vor fünf Minuten erst aufgestanden. Verdammte Scheiße. Und deswegen freue ich mich, euch präsentieren und sagen zu dürfen, dass ich heute Abend einen Livestream machen werde und zwar um 18 Uhr. Ja, ihr habt richtig gehört, am 3.1.2013, das ist ein hübscher Zahlendreher, merke ich gerade, wird es um 18 Uhr einen Livestream gehen, der wird nur eine Stunde lang gehen. Und da möchte ich meine Website Skate702.de, die zwar schon erreichbar, aber irgendwie noch so merkwürdig inhaltslos ist, euch vorstellen, veröffentlichen und dann in Zukunft eng mit dieser Website zusammenarbeiten, denn ich habe sie so gebaut, dass sie die perfekte Ergänzung zu meinem YouTube-Kanal sein wird für jeden, der von YouTube angepisst ist, von den ganzen Funktionen, dass nie was geht und für jeden, der ganz schnell und einfach noch mehr Informationen zu Videos, zu Minecraft, zu Downloads, auch es gibt so viele auf dieser Seite, haben will. Also wie gesagt, um 18 Uhr werde ich das Ganze veröffentlichen. Morgen kommt dazu dann auch nochmal ein Video, wo ich darauf hinweise. Für alle, die heute Abend nicht dabei sein können, wollen oder lieber irgendjemand anderen gucken, weil ich denke, so Donnerstagabend, 18 Uhr, das streamt garantiert noch irgendjemand, dem ich dabei jetzt auf die Füße drehe, ist mir egal. Ich freue mich über jeden, der heute Abend mit dabei ist. Was wir sonst noch machen in dem Stream, ich denke mal vor allem Minecraft zocken und labern. Wie gesagt, die eine Stunde, vielleicht auch ein bisschen mehr. Mal sehen, was sich so ergibt. Tschüss, bis heute Abend.